hallo grüß euch in dem video geht es um die grundlagen der digitalisierung ich habe da jetzt schon eine karte vorbereitet die daten mit denen ich arbeite eben sind die daten der aufgabe 2 der einführung in gis an der proku ich habe eine geodatenbank angelegt mit dem feature dataset digitalisierung und darin habe ich einerseits das arbeitsgebiet importiert und die die features bäume landbedeckungen straßen angelegt in die ich jetzt quasi die digitalisieren mag also das sind die daten die links sehen und das auto foto als hintergrund gut also kurz zur vorbereitung bevor jetzt wirklich loslegen mit dem digitalisieren will aufräumen ich habe es gern ordentlich in gis sonst wird es verwirren und wenn man dann so blöde fehler macht weil es unordentlich ist es schlechte idee zum beispiel klappe diese sachen ein die ich nicht sehen muss von der formatierung her dann überlege mir okay mit was beginne ich jetzt zu arbeiten ich würde sagen ich beginne mit der landbedeckung und deswegen blende ich quasi alles aus was ich nicht brauche um zu arbeiten sprich jetzt habe ich nur mein hintergrund mein arbeitsgebiet und die landbedeckung in der noch nichts drinnen ist weiterer hilfreicher schritt den man machen kann ist wenn man hier im table of contents hier kann man die ansicht ändern auf list by selection ihr kriegt da mal drauf was man da sieht sind alle layers nicht unbedingt in der dargestellten reihenfolge aber vor allem sieht man da wenn man zum beispiel etwas auswählt was da ausgewählt ist und so weiter und was in unserem fall jetzt wichtig ist man kann wenn man auf diese buttons da klickt deaktivieren dass man features in dem leer auswählt sozusagen also sprich ich kann nicht unabsichtlich a polygon in dem falschen leer anklicken und bearbeiten das kann nämlich passieren und es ist ärgerlich wenn man zum beispiel keine ahnung anwalt in der landbedeckung zerschneiden wie mit dem cut werkzeug und unabsichtlich klickt man aber auch das arbeitsgebiet an und dann zerschneidet man das arbeitsgebiet und dann schaut alles plötzlich komisch aus und keiner kennt sich mehr aus also würde ich mir alles da deaktivieren von unseren bearbeitbaren sachen was ich gerade nicht angreifen mag ist cc dann haben wir das selectable und non selectable und auswählen ist das selectable möchte ich eigentlich nur das haben was mir gerade momentan interessiert also die landbedeckung in dem fall gut dann wechsel wieder darüber zur anderen ansicht die normale sozusagen um zu digitalisieren um features zu zeichnen müssen wir in den editier modus wechseln dazu kann man entweder sich die editier leiste einblenden das ist hier der editor und auf start editing klicken oder man geht direkt auf den leer den man bearbeiten mag und sagt rechtsklick und kann auch sagen edit features und auch start editing gleiche geschichte und wenn er dann irgendwann loslegt hängt da ein bisschen so kompliziert sind die daten auch nicht gut aber er hat es geschafft ihr seht ihr blendet mir dann eh die editierleiste automatisch ein ich schiebe mich da jetzt einmal da oben hin gut und jetzt sind wir schon im meditieren modus ist jetzt eben wir haben jetzt einerseits diese leiste oben das sind verschiedene werkzeuge die uns interessieren und andererseits rechts ist etwas neues aufgepoppt das create features werkzeug und da kann man quasi zeichnen also ganz grob wie das funktioniert etwas zu zeichnen ist man klickt zuerst hier rechts das an was man eigentlich zeichnen mag wir haben da jetzt noch nicht so viel zur auswahl ich klicke jetzt einfach mal landbedeckung an wir haben da noch keine kategorien erstellt also immer zuerst hier klicken was du zeichnen magst und dann hier unten welches zeichen werkzeug du verwenden magst am einfachsten bleiben wir da jetzt mal mit polygon da klickt man drauf und dann jetzt ganz vereinfacht gesagt klickt man einfach rum und kann zeichnen so einfach ist dass ihr dann also wie man quasi dann schafft lückenlos zu zeichnen und so weiter ist jetzt dann wieder anderes thema aber das ist mal grundsätzlich die vorgehensweise editor starten auswählen was man zeichnet und dann mit welchem werkzeug man vorgehen mag und auch gleich vorweg sehr sehr wichtiger schritt immer wenn irgendwas gezeichnet und verändert habt müsste das separat speichern in diesem editor modus nämlich hier auf editor und das save edits da müsste man draufklicken und erst dann ist das wirklich in der datei gespeichert dieses polygon was auch immer dann zeichnet habt also es reicht nicht wenn ihr quasi irgendwie drauf loszeichnet und ihr klickt dann einfach nur auf das normale save hier vom arc map das speichert nicht die features die ihr da habt also das ist auch sehr wichtig zu bedenken gut und auch gleich mal sehr wichtig auswahl werkzeug ist im editor modus dieser schwarze teil das edit tool man kann eben der polygon anklicken man sieht auch ich kann nicht das arbeitsgebiet anklicken was ich eben will weil mit im editier modus kann ich eben diese sachen verändern sprich wenn ich zum beispiel jetzt dieses polygon anklicken und ich drücke auf entfernen ist es weg das soll uns eben nicht unabsichtlich passieren gut so viel dazu also ich lösche jetzt mal die wunderschönen polygone wieder die gemacht habe noch ein bisschen mehr zu den werkzeugen also gut wir zeichnen ich zeichne ein polygon zu demonstrationszwecken ihr wie ihr seht bestimmt quasi einfach die die ecken sozusagen wie das polygon wie die form ausschauen soll und um eine so ein polygon abzuschließen macht man entweder beim letzten punkt immer selbst ein doppelklick so ist jetzt dann ist es fertig oder immer rechtsklick das sieht man es nicht rechtsklick da sieht man es und da gibt es die auswahl finish sketch oder ihr drückt die f2 taste dann ist es auch fertig und das ist im groben eure aufgabe dass ihr die landschaft digitalisiert mit diesen werkzeugen also polygon zeichnen zum beispiel so diese wiese entlang macht es jetzt nur ganz grob und dann quasi halt die ganze wiese und dann das zeige ich dann gleich weiß man okay das ist eine wiese gut jetzt mehr aufmerksam ist und mitdenkt kann sich über denken okay wenn ihr jetzt ein polygon zeichnen und ich mag das quasi flächendeckend machen das ist nämlich die aufgabe ihr müsst flächendeckend innerhalb vom arbeitsgebiet das alles zeichnen aber ihr dürft nicht überlappungen haben also es darf nicht sein dass er walt also das hinkt zur teilfläche sagen wir zum beispiel ich mache jetzt ein walt weiter und dann geht das schlampig drüber jetzt habe ich da die polygone übereinander liegen setzte das das war man nicht das ist verboten das gibt erstens punkte abzug in der vorlesung und generell ist es schlechte digitalisierungsarbeit falls ihr das mal ernsthaft macht es ist einfach ein fehler und wenn man nur mit dem polygon werkzeug arbeitet ist es natürlich mühsam weil es jetzt die meine eckpunkte die sehe ich jetzt schon aber nicht unbedingt gut und was sie auf keinen fall machen wollte ich zeige es euch jetzt nur aber was man nicht machen ist dass ich sage okay jetzt als nächster mache ich den wald dann gehe ich auf das eck mit meinem polygon werkzeug und dann versuche irgendwie da die linien zu treffen und das so nachzugehen das ist falsch also ganz wichtig das macht es nicht da macht es hundertprozentig fehler und das macht man einfach nicht also so nicht dazu dass wir quasi flächendeckend und ohne lücken und ohne überschneidungen arbeiten gibt es jetzt zwei ansätze ich zeige euch hier beide vor in dem video und wir können selbst entscheiden wir am liebsten arbeitet der erste ansatz wäre dass ich sage ich fühle die ganze fläche mal mit einem polygon da kann ich auch durchaus auf rechteck klicken also ich sage ich zeichne arbeitsgebiet und ein rechteck und dann ziehe ich einfach da kasten über mein ganzes arbeitsgebiet das heißt ich fühle zuerst weil das auf und im nachhinein zerschneide ich mir quasi die flächen also wenn ich quasi es gibt ein zerschneiden werkzeug das zeige ich euch gleich wenn ich mit dem arbeite kann ich mir sicher gehen dass ich keine lücken und keine überschneidungen habe wieso blöd ist jetzt sehen natürlich nicht was da ich die landnutzung ist dazu gehe ich einfach in die eigenschaften von meinem lehrer und nach einer unbestimmten zeitspanne kommt es auch und unter display hier kann ich mir transparenz einstellen gibt es jetzt einfach mal 50 prozent und ist jetzt uns jedes durch und jetzt zeige ich euch kurz das zerschneiden werkzeug einfach mal da unten am beispiel das geht so ihr klickt zuerst an was ihr zu schneiden wollt in meinem fall dieses rosa polygon das heißt ich klicke drauf wichtig ist jetzt eher natürlich diese linie das ist jetzt ausgewählt das heißt der hat anklicken was sie zu schneiden wollt und dann klickt ihr auf das werkzeug hier kat polygons tool das heißt ihr habt die auswahl ihr kriegt auf das werkzeug und jetzt bin ich auch schon im werkzeug jetzt kann ich quasi linien zeichnen und entlang der linie die ich zeichne wird das polygon zu schnitten ich zeige es mal kurz vor kann ruhig außerhalb anfangen an der ecke ich mache das jetzt ganz ganz grob nur so wenn ich zum beispiel sowas zeichne und ich mache jetzt ein doppelklick für den letzten punkt wird mir das polygon zerteilt ihr seht wenn ich das jetzt auswählen ich habe hier ein polygon jetzt und das große polygon und das ist jetzt genau zu schnitten quasi da gibt es keine lücken und keine überschneidungen so geht das mit dem kat polygons im groben bei dem werkzeug ist halt darauf zu achten es braucht immer eine geschlossene linie also wenn ich jetzt das nochmal probiere und ich sage ich fahre so rein und höre aber hier auf ohne dass sich das wieder kreuzt also er verfolgt dann quasi die linie die ich zeichne und schaut woraus kann der flächen bilden wenn ich jetzt beenden mag gibt er eine fehlermeldung das geht nicht weil ich quasi hier eine lücke gelassen habe er kann das jetzt nicht in zwei teile zu schneiden weil die teile noch verbunden sind also darauf müsst aufpassen deswegen meine taktik ich fange halt einfach außerhalb an dass das macht ihm nichts und noch so setzen und kann man das so rausschneiden dann geht es das außerhalb von der auswahl ignoriert er eh und was zweites was noch interessant ist wenn es mit dem arbeitet ihr könnt auch so inseln rausschneiden sozusagen wenn man sagt nehme an ich digitalisiere jetzt diese siedlungsfläche klicke ich wieder zuerst auf ein polygon also schauen wir noch mal er ist jetzt ausgewählt und cut polygons wieder und ich zeichne diese diesen hof danach mal ganz grob irgendwie so ich kann schon das so insel ausschneiden aber wieder aufpassen versucht nicht dass den anfang zu treffen so funktioniert leider das tool nicht weil wenn ich wenn das quasi wieder nicht geschlossen ist sieht sehen wenn das jetzt so ausschauen würde dann haben wir sind die beiden flächen wieder verbunden dann kann er das nicht zerschneiden das heißt ihr müsst immer schauen dass sich das deutlich überkreuzt so zum schluss also seht ihr was ich meine dass das die die schnittführung sozusagen sich selbst wieder schneidet und wenn ich jetzt einen doppelklick macht bumm hat das verstanden dann habe ich jetzt da fläche und außen die fläche ist jetzt nicht so gut erkennbar aber ja das heißt ich habe dazu einzelne kleine insel also soviel zudem zu der methode also so kann man sich vorarbeiten dass man quasi immer aus seinem großen polygon mit dem cut polygons flächen raus schneidet das wäre eine methode die löscht das alles mal wieder weg die zweite methode ist das auto complete polygon also wieder rechts in meinen werkzeugen hier land bedeckung hier unten gibt es auto complete polygon das ist ein super werkzeug da fang man quasi im am eck an vor der zeichnung sozusagen und arbeitet sich vor dieses werkzeug braucht allerdings zumindest ein bestehendes polygon um zu beginnen deswegen zeichne ich jetzt einfach mal mit dem polygon werkzeug ganz grob diesen wald ist jetzt übrigens es hat auch eine snap funktion vielleicht kennt ihr das von autocad oder so also ich bin in meinem polygon werkzeug und wenn ich auf das arbeitsgebiet nach wenn ich dem nahe komme snap dass er automatisch hin dass ich das wirklich genau treffe schaut wenn das nicht so ist müsste ich das genauer anschauen ob man das ob man das ändern kann es sollte automatisch so funktionieren weil versucht nicht irgendwie so mit p mal daumen die linie zu treffen das wird nichts also snappen ist sehr wichtig auch um nückenlos zu arbeiten das heißt ich setze zum beispiel ganz am eck jetzt mal an und sage ich mache jetzt mal den walter ich mache das jetzt wirklich ganz grob zum herzeigen ich müsste es schon genau machen und grob mache ich jetzt dieses wald polygon und ist jetzt ich fahre wieder auf die linie damit das schön snappt und machen doppelklick jetzt habe ich da mal ein polygon zeichnet und jetzt mache ich aber nicht mehr mit dem normalen polygon werkzeug weiter haben wir schon gesagt das dürfen wir nicht weil das kann nur schief gehen sondern ab jetzt wechsle ich zum auto complete polygon und das denkt von von der logik her relativ ähnlich wie das cut werkzeug das heißt ich zeichne wieder eine linie und die linie muss aber unbedingt sich mit einem bestehenden polygon treffen also ich zeige es einfach mal vor ich fange irgendwo da drinnen an gehe auf dieses eck wo ich vorher wo das quasi aufhört dann fahre ich wieder das arbeitsgebiet entlang hier hin und mache jetzt mal eben ganz grob die wiese irgendwie so und wichtig ist eben dass ich dann auch wieder rein fahrt zur sicherheit ich meine es sollte auch gehen wenn man das auf die linie auf das snapping dahin klickt ich gehe gern zur sicherheit dann nochmal direkt in das anschließende polygon und wenn ich jetzt doppelt klicke macht er mir das so und der vorteil ist habt es sehen hier entlang entlang dieser wo sich die polygone treffen das macht dieses werkzeug automatisch also das ist genau das was wir gesagt haben das machen wir nie per hand dass man irgendwelche linien nachverfolgen so sondern das lassen wir das werkzeug für uns machen also noch mal zu demonstrationszwecken ich zeige dir irgendwas fahr da rein und hier entlang des bestehenden polygons schließt er das automatisch also das echte super werkzeug was er nicht versteht oft ist wenn man eben das nicht abschließt also wenn ich jetzt daneben klicken würde passiert nichts weil er hat wieder keine geschlossene fläche gefunden das ist wichtig also es ist ein bisschen ungewohnt teilweise dieses werkzeug zu arbeiten aber wenn man es mal geschafft hat sich daran zu gewöhnen ist es echt super empfehlenswert wäre hier in dem fall noch dass ihr immer von einem eck ins andere arbeitet quasi jetzt nicht an fünf ecken gleichzeitig anfangen in dem fall gibt es ja nur vier ecken sondern immer gleich weiter arbeiten anschließend an die polygone die ihr schon habt also das wäre die methode mit autocomplete polygon jetzt noch eines das video wird jetzt ein bisschen länger werden also ihr seht jetzt quasi wie man digitalisiert das sind so die grundwerkzeuge jetzt müssen wir natürlich noch zuweisen was das eigentlich für eine art von landnutzung sein soll das gibt es mal wieder weg das ist schief weil ich habe jetzt sachen zeichnet die sind einerseits wald und andererseits wiese und wenn wir jetzt mal spielen die attribute tabelle reinschauen das sieht man das übrigens auch gleich was wir gemacht haben schauen dass man das sieht also ich habe jetzt drei polygone gezeichnet die spiegeln sich in attribute tabelle wieder und wir haben eine laufende nummer es ist ein polygon und hier haben wir die spalte mit kategorie die habe ich schon beim erstellen der dateien also der features habe das schon vorgeben dass da eine spalte geben soll die anderen spalten hier mit shape length und shape area werden automatisch erstellt das ist halt einfach die länge vom umriss der umfang quasi und die fläche uns interessiert eben die kategorie da können wir jetzt reinschreiben in meinem fall in einem zahlencode ob das also welche art von landnutzung das ist ich sage jetzt mal einfach nur zum herzeigen wald ist eins und wiese wird zwei das heißt am besten mit meinem editor schwarzen meditiert teil hier klicke ich mir das polygon an dann sehe ich aha ich habe das markiert ich sehe dass es wald und dann schreibe ich da rein 1 für wald zum beispiel jetzt passiert noch nichts aber wichtig ist wir haben die information vermerkt daneben klicke ich hin und schreibe einfach mal zwei rein für wiese und das ist jetzt wieder wald das heißt so geht man davor in einer datei sind alle meine polygonen gezeichnet und im hintergrund in der tabelle steht was es für eine landnutzung ist für land bedeckung schaut jetzt natürlich nur ein bisschen fahrt aus ich sage jetzt übrigens mal safe edits weil wir jetzt natürlich dem gis noch nicht gesagt haben wir diese unterschiedlichen landbedeckungen einfärben soll das geht auch im wesentlichen des wc in den eigenschaften in der symbology schauen wir in der landbedeckung wir möchten gerne verschiedene kategorien darstellen gegen auf categories unique values passt er schlagt einmal vor das kategoriefeld auszuwählen passt gerne und jetzt einfach mal das herzuzeigen wie es funktioniert kann ich gleich auf add all values klicken und er sieht aha da gibt es werte 1 und 2 und die schlagt er mir doch einmal vor wenn ich jetzt einfach mal ok sagt haben wir zumindest schon unterschiedlich eingefärbt das ist ja schon gut was können wir noch machen wir können in diesen eigenschaften auch hier bei label können wir jetzt eben dazu eingeben was das eigentlich sein soll also bei eins ist fahrt da können wir zum beispiel reinschreiben wald wichtig ist ist jetzt ich mache das da jetzt der ändert da jetzt nicht in der attribut tabelle diesen wert also das bleibt einfach nur 1 und 2 oder welche zahl auch immer aber in meiner darstellung dann da schreibe ich wiese sagt ok in meiner darstellung also hier links und später dann im layout in der karte steht das dann entsprechend und richtig also so kann man ganz gut arbeiten hier kann man das dann auch gleich einfärben am schnellsten wenn man einfach da einmal draufklickt auf in der links in der übersicht ich klicke einfach auf wald und sagt ok wald soll so ein ganz dunkles grün sein jetzt jetzt das ändert sich alles also jetzt wird es schon ein bisserl netter zum arbeiten würde ich sagen wie sie machen wir jetzt ein komisches grün gut schaut schon ein bisserl noch mehr aus würde ich sagen was können wir noch machen also diese arbeitsweise mit ich zeichne zuerst den polygon und dann ändere ich es ist zwar jetzt gut zum verständnis was passiert aber es ist ein bisschen ineffizient vom arbeiten her und das können wir verbessern indem wir folgendes machen ich gehe noch mal in die lampe deckung rein und ich kann meiner legende sozusagen auch gleich werte hinzufügen obwohl ich sie noch gar nicht vergeben habe aber wenn ich zum beispiel sage ich weiß es wird auch noch wasser kommen gebe ich jetzt ein dreier ein also ihr habt sie gesehen ich hab da draufklickt auf add values schreibt auch ein 3 sagt add to list sagt ok das heißt hier gibt er mir eine neue zahl da kann ich gleich vorbereiten ich sage wasser und kann auch gleich die farbe ändern macht es ein schön nettes blau gut das heißt jetzt haben wir das da schon quasi in der legende schon vorbereitet haben wir sogar nicht vergeben haben das ist schon gut und coole sache die es gibt ich schließe jetzt mal die attribut tabelle wieder zwischendurch man kann hier rechts in meinem great features ding kann ich quasi so vorlagen einstellen er macht das manchmal automatisch also wenn ich diesen arbeitsschritt hier zuerst gemacht hätte ich bevor ich editieren starte passiert das automatisch aber wenn ihr wenn ich was quasi gern hätte dass ich diese auflistung also die kategorien wald wiese und wasser und so weiter dass ich die gern hier schon auswählen könnte kann ich das folgendermaßen machen ich klicke oben hier auf diesen button wo organized templates steht und dann klicke ich wieder auf meine land bedeckung und das was da ist gerade drinnen ist diese standard ding das lösche ich einfach raus keine sorge da geht nichts kaputt und dann klicke ich jetzt auf new template und das lasse ich einfach so wie es eingestellt ist das passt schon und ihr seht der versteht ist jetzt was ich links eingestellt habe dass er das übernimmt das heißt brauche ich noch mehr auf finish gehen das kann ich wieder schließen close und jetzt sehe ich jetzt habe ich dann schon wenn ich was zeichnen will zur auswahl was es eigentlich sein soll zum beispiel ich sage ich zeichne jetzt da im anschluss weiter an diesen wald oder das wasser oder was auch immer ich genau ich sage ich fühle jetzt diesen wald das heißt ich klicke zuerst auf wald dann auf ein autocomplete folgen und zeichne jetzt da war er nicht einmal diesen wahl so ganz grob nach jetzt er hat mir das jetzt automatisch grün eingefärbt das polygon schließt auch mit den anderen ab und das ist jetzt sehr wichtig wenn wir an in der attribut tabelle nachsehen sieht man hier ist mein neues polygon und das hat auch automatisch in der kategorie den wert 1 bekommen ziemlich praktisch wenn wir so weitermachen quasi das heißt ich mache jetzt ein bisschen wasser klicke ich auf wasser autocomplete polygon fangen wieder da in einem anderen zu zeichnen an fahr dem wasser da irgendwie nach ganz grob nur schaut dass die fläche geschlossen ist doppelklick vom wasser schneidet es liegt genau an die anderen polygon an und hat auch theoretisch hier drinnen sehen wir jetzt wieder nicht warum zeigt das nicht an das ist jetzt komisch wenn ich sage save naja jetzt hat es übernommen ja da hat es gerade den grafikfehler aber wurscht ihr seht in meiner tabelle übernimmt dieses neue polygon mit dem richtigen kategorie wert genau also so lässt sich auch sehr gut arbeiten sprich man stellt zuerst die kategorien ein und dann geht man in den editier modus gut was kann man auch dazu sagen vielleicht noch zum herzeigen wenn man sagt okay ich sage jetzt speichern safe edits stop edits dann ist das übernommen wenn ich jetzt meine straßen digitalisieren mag wie gesagt dann blende ich mir straßen eine sind es noch leer lampedeckung manchmal weg die interessiert mich jetzt nicht und jetzt gehe ich gleich so vor ich mache doppelklick straßen gehen die symbology kategorien legen wir die beiden werte an die ich gern hätte in meinem fall 1 und 2 sagt okay das heißt ich werde zwei straßen unterscheiden die eine ist hauptstraße und die andere ist nebenstraße und das haben wir die hauptstraße soll einfach so artikel 33 arbeitlinie sein und die nebenstraße soll natürlich sein mit ein genau also dicke straße dünne straße sagt okay sagt rechtsklick auf straßen machen wir noch vergesst nicht wir haben ja gesagt wir können nur die lampedeckung auswählen das würde da jetzt umstellen zur sicherheit sprich lampedeckung interessiert mich jetzt nicht mehr wir aktivieren die straßen auswählbar stellen das wieder zurück auf die andere ansicht recht klick auf straßen edit features und das haben wir wieder start editing wie gehabt also alles gleich wie vorher das habe ich auch schon erklärt ihr fragt sich jetzt wo sind jetzt die haupt und nebenstraßen warum sind die da nicht habe ich auch schon zeigt wir gehen wieder auf diesen knopf organize templates gehen auf die straßen löschen die straßen also das ist vorhandene ding raus sagen neue template das lassen wir einfach wie es ist ihr seht jetzt versteht das jetzt haben wir gleich die straßen übernommen und zum zeichnen von linien das ist in dem fall einfacher klickt es einfach auf die straße die er zeichnen wollte ich sage jetzt mal hauptstraße und da brauchen wir nur das linienwerkzeug da fangen wir am rand vom arbeitsgebiet an und da klickt man sich einfach so vor sagt okay das ist hauptstraße und da ist jetzt unkomplizierter weil wir keine flächen abschließen müssen das heißt wenn ich fertig bin mit einer straße mache ich wieder doppelklick passt erste straße gezeichnet nebenstraße klicken auf nebenstraße linienwerkzeug passt keine ahnung das ist vielleicht der nebenstraße zeichne ich diese straße nach doppelklick passt das heißt ich habe jetzt zwei straßen gezeichnet ihr seht eine ist dick die andere ist dünn ich sage save edits schauen wir das auch in der attribut tabelle noch mal an da da zwei straßen eine mit kategorie 1 und eine kategorie 2 also dass so funktioniert das ja was noch bei den bäumen ist es noch viel einfacher weil bei den bäumen müsste nicht zwischen kategorien unterscheiden das da müssen jetzt nichts voreinstellen bei den bäumen klickt man einfach kaum und da gibt es bei punkt gibt es nicht wirklich zur auswahl und dann geben wir einfach her und klickt dann dorthin wo der baum sein soll zum beispiel hier und hier und hier hier genau so zeichnen einfach die bäumchen gut save edits stop edits vielleicht noch zur vorgehensweise wenn ihr an straßen kommt mit dem digitalisieren also mit dem polygonen ich blende das jetzt wieder aus dann nehmen wir an ich mache jetzt beim wald weiter und ihr fragt euch da ist aber jetzt eine straße ist die teil vom wald oder von der wiese oder vom nächsten wald die straßen werden quasi einfach zum nächstbesten dazu gezählt also sprich zwischen dieser wiese und diesem wald geht ihr einfach die mitte der straße entlang weil die straßenflächen interessieren uns nicht und die straßen an sich werden dann eh im linienleer eingezeichnet genau und die straßen liegen dann drüber über dem ganzen und dann erledigt erledigt das eigentlich gut soviel dazu weil es ein längeres video aber ja es gibt wie immer viele wege zum ziel vielleicht eines noch was noch wichtig ist sachen verschieben also ihr seid ja mit diesem schwarzen editierpfeil kann man eben polygone außerdem als deaktiviert ich aktiviere es wieder landbedeckung kann man polygone auswählen und eben auch bearbeiten eigentlich also wenn ich doppelklick drauf mache kann ich meine einzelnen punkte sehr wohl noch verschieben ist ein bisschen gefährliche arbeit was man aber auch machen kann und das ist jetzt gefährlich man kann sie verschieben setze das jetzt verschoben mit steuerung z kann man immer zurückgehen wie gewohnt das heißt aufpassen wenn ihr ein polygon auswählt ist jetzt dann ist das ist ein pfeilchen beim pfeil beim mauskörse dabei dann kann man die dann mit gedrückter maustaste herum verschieben das wollen wir aber eigentlich nicht unbedingt dass das passiert und dadurch entstehen leicht blöde fehler also eines noch ganz wichtig ihr könnt in dem editor menü hier und editor da gibt es unter optionen hier eine einstellung das heißt die sticky move tolerance ich stelle da mal 50 pixel ein und zeige euch was passiert also 50 pixel und sagt ok jetzt habe ich das eingestellt wenn ich jetzt drauf klicke auf seinem polygon und beginnen das zu verschieben für 50 pixel sozusagen ändert sich dann die position nicht aber so sprich ich ziehe gerade und bewege meine maus aber das ding bleibt noch dort liegen wo es herkommt erst ab einem gewissen abstand das waren jetzt die 50 pixel fangt es an dass es mit wandert das ist um vorzubeugen dass man unabsichtlicher polygon verschiebt ja also sprich wenn ich kurz da so streif sozusagen wird es nicht automatisch falsch verschoben aber wenn ich wirklich verschieben will geht es auch dann irgendwann gut ich glaube das waren jetzt die basics vom digitalisieren und ich hoffe es war halbwegs verständlich